Leute, ich darf euch wieder eine Social Movie Night verkünden und es wird einmal mehr eine Family Edition. Das bedeutet, dass Gewinner bis zu drei Begleitpersonen mitbringen dürfen, damit die ganze Familie mit dabei sein kann und sie findet Nachmittag statt. Und dieses Mal geht es um den Film Mr. Link, ein fällig verrücktes Abenteuer, der am 30. Mai regulär in den Kino startet. Am 26. Mai, also einem Sonntag, machen wir dazu die Social Movie Night in Berlin. Und ich freue mich auf diesen Film, weil es ein neuer Animations- oder beziehungsweise liebevoll, auch mit Stop Motion, glaube ich, gemachter Film von Leica Studios ist. Die haben unter anderem Kubo gemacht, den habe ich so geliebt und sie stehen eben für handwerklich und herzlich mit ganz viel Liebe gemachte Filme. Und fand die Trailer zum Mr. Link schon sehr süß, die die Geschichte eines Forschers erzählen, der den Missing Link sucht, eine Evolution hin zum Menschen. Und dabei auf ein Wesen trifft, was ganz anders ist, als er dachte und was glaubt, das letzte seiner Art zu sein. Und gemeinsam begibt man sich auf eine Reise zu einem besonderen Ort, um mehr herauszufinden. Und da freue ich mich auf Mr. Link, weil ich finde, die Trailer sehen wirklich toll aus an dieser Stelle. Wir werden auch bei der Social Movie Night die deutschen Voice-Talents begrüßen. Das heißt, eine Coline Ulm-Fan, der ist ein Bastian Pastewka und der großartige Christoph Maria Herbst, werden mit zugegen sein. Und als Co-Host ist der Familienkanal Lulu und Leon mit dabei. Und für die Social Movie Night, natürlich für Popcorn und Getränke ist gesorgt, die im Nachmittag am 26. Mai stattfindet, werden 440 Tickets verlost. Und jeder Gewinner und jede Gewinnerin kann bis zu drei Begleitpersonen bebringen. Wenn es beispielsweise heißt, ich würde gerne meinen Mann oder meine Frau oder Freund und noch ein Kind oder Kinder und das auch immer mitnehmen, sodass man quasi eine Familienedition der Social Movie Night auch mit der ganzen Familie erleben kann. Und ich glaube, das ist doch ein richtig cooles Package, wo man sich darauf freuen kann. Die deutschen Stars mit dabei, einen Film, auf den ich mich zumindest persönlich sehr freue, weil Leica Studios für wahnsinnig viel Liebe steht. Und den Trailer am Ende dieses Videos hänge ich euch natürlich auch noch ran. Coole Co-Hosts und ich glaube, an einem Sonntag haben alle eine gute Stimmung, nachmittags ins Kino zu gehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf am 26. Mai auf die Social Movie Night zu Mr. Link. Und jetzt ganz viel Erfolg beim Mitmachen der Verlosung. Wie immer gilt, einfach in die Infobox schauen. Da ist ein Link zu einem Formular. Draufklicken, ausfüllen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Und dann sehen wir uns am 26. Mai. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen. Ich biete Ihnen einen Blick auf ein legendäres Geschöpf. Verloren in der Zeit. Weder Affe noch Mensch. Aber ein Riese. Er hat viele Namen. Also eigentlich heiße ich Susan. Su-Susan. Ja, Susan. Das ist ein Mädchenname. Ja, das ist korrekt. Er passt zu dir. Ich brauche jemanden, der die wilden Orte auf der Welt kennt. Und sie sind der größte Abenteurer der Welt. Was genau erwartest du von mir? Ich bin einsam. Ich bin der Letzte meiner Art. Aber auf der anderen Seite der Welt berichten sie von diesem Geschöpf. Der Yeti. Ich glaube, diese Yetis sind meine Verwandten. Können sie mich da hinführen? Du hast darauf mein Wort. Gut, wie lautet es? Was? Das Wort. Nein, das ist eine Redewendung. Klingt gut, wie lautet es? Wir haben einen weiten Weg. Wir brauchen eine Karte. Wir haben doch nicht vor, einzubrechen, oder? Kletter auf die Mauer und zieh mich nach oben. Nein! Bravo. Danke. Wenn wir den Ort finden wollen, an den du gehörst... Ach, wirst du dich unauffällig verhalten müssen. Ähm... ...ein Monster! Au, Backe. Hier drin wird es jetzt ganz schrecklich ziehen. Es wird nicht leicht. Aber wir werden den Platz finden, wo du hingehörst. Wirf den Rettungsring runter! Ich hab sie! Shangri-La? Wir nennen es... Hat das eine Bedeutung? Bleibt draußen, wir hassen euch. Schmeiß mich aus diesem Loch! Ich glaube, dafür sind sie zu schwer. Unsinn. Also, gib alles, was du kannst! Oh, schwer zu sagen, wessen Schuld das war. Los, noch ein Versuch! Satan! Musik